Dann will ich mal endlich Ihren Arbeitsunfall aufnehmen. Beschreiben Sie mal den Hergang. Den Hergang? Naja, ich muss doch den Hergang kennen. Den müssen Sie überhaupt nicht kennen. Das ist ein ganz alter, vergammelter Korridor. Und außerdem ist es ja auf dem Hingang passiert. Es gibt keinen Hingang, es gibt bloß einen Hergang. Also. Sie haben wohl noch nie bei Patschöfer und Söhne gearbeitet, wa? Stimmt. Das habe ich mir gedacht. Da haben wir nämlich einen Hingang, einen Hergang und hinten noch einen Quergang. Das ist eine Platte, wa? Könnte es sein, dass Sie bei dem Unfall was am Kopf abbekommen haben? Naja, warte mal. Ich bin geistig genauso voll da wie Sie. Na dann. Sie heißen? Pritschulev Schalski. Beschreiben Sie uns? Na wenn Sie mich so fragen, mühsam. Ihr Vater? Na, derselbe Name, oder? Ja, aber lebt der noch? Nee, der ist gefallen. Im Krieg? An der Ostfront? Nee, im Suff. An der Südfront. Mensch, das Kind. Mensch, das Kind. Sie hatten doch gar keine Südfront. Sie vielleicht nicht, aber die Heilige Dreifaltige Hedmigs Kirche. Und da war er Maurer. Also auch ein Arbeitsunfall. Ja, kann man so sagen, ja. Und Ihre Mutter? Die war da nicht mit auf dem Jurist. Die ist also noch am Leben. Ja, wenn Sie das Leben nennen, so mit 84 Mark Rente. Und wie sind Ihre Verhältnisse? Weile? Ja. Meistens mollig mit ein bisschen Holz vor der Hütte. Aber Sie auch alle ein bisschen weilen, ne? Also nur mal zu Ihrem Unfall. Der Hergang. Es war auf dem Hingang. Und wann, ich meine, wann arbeiten Sie? Ach so, immer wenn der Chef mal vorbeikommt, ja. Dann ruft der Paule, Achtung, der Alte. Und dann arbeiten wir. Der Unfall fand also während der regulären Arbeitszeit statt. Ja, natürlich. Die Pausen sind ja viel zu kurz. Da können Sie kein vernünftiges Kartenspiel aufziehen, ne? Ach, es ist beim Kartenspielen passiert. Ja, aber wie war der Hergang? Der Hergang war um die Zeit ganz leer. Und auf dem Hingang haben wir Karten gespielt. Und dann ging alles ganz schnell, ja. Dem Kurti ist der Öffner untergefallen für die Bierflaschen, wa? Und wie ich mich gerade bücke, um den aufzuheben, da ruft der irgendein Idiot, Feierabend! Na und? Na und, da sind mir die zwei Mann von der Spätschicht voll über die Eingelatscht. Die Küchen werden begonnen, das war schon.